Wichtig! Wusstest du, dass es in The Elder Scrolls Online einen Champion-Punkt gibt, der Open-World-Bosse lächerlich einfach macht? Viele sterben immer bei den Open-World-Bossen und fragen sich, wie das denn andere Solo machen können. Da guckt euch doch einfach mal hier den Champion-Punkt an, wenn man hier runter geht. Hier gibt es nämlich Vorbereitung. 10% weniger Schaden durch NPC-Gegner, also allen Gegnern in PvE. Unglaublich mächtig, definitiv ein Blick wert. Ihr solltet ihn euch auf jeden Fall anschauen. Und verpasse nicht den nächsten Tipp, denn der ist...